Leckere Paprikas habe ich heute im Angebot. Ich koche mir heute zu Hause ein leckeres Süppchen, es ist so kalt draußen. Ich dachte, ich will so kommen. Machst hier mal eine schöne warme Suppe. Und zwar gibt es heute eine leckere Paprika Passionsfruchtsuppe. Das passt auf jeden Fall. Ich habe Passionsfrüchte mir gekauft. Die gab es gerade im Lidl, genau im Angebot. Und noch ein bisschen Passionsfruchtsaft dazu. Das ist so ein bisschen die Basis für unsere Suppe. Dann habe ich noch so einen kleinen Ziegenkäse noch übrig aus dem letzten Video. Den werde ich auch noch verbrauchen. Und dann habe ich auch noch Biokresse mir gekauft. So ein kleines Körbchen Biokresse. Das kommt dann oben so ein bisschen als Dekoration obendrauf. Ich würde sagen, Zubereitungszeit sind so 15 Minuten. Lecker einfach nachzukochen. Und ich finde einfach auch Paprika und Passionsfrucht passt sehr, sehr gut zusammen. Und ich habe auch absichtlich mich für diesen Mix entschieden. Für diesen Paprikamix. Und nicht nur für Rot oder nicht nur für Gelb. Weil in der Grünen Paprika die meisten Vitamine drin sind. Nur so als Tipp für euch. Ich weiß, dass das viele, dass sie viele nicht gerne essen. Aber genau in dieser Grünen Paprika sind die meisten Vitamine drin. Von daher wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen. Ich bin raus. Bis später. Ciao, ciao. So, also wir brauchen drei Schalotten oder auch Zwiebeln, zwei Knoblauchzehen, zwei bis drei Passionsfrüchte, drei Paprikas, Thymian, Gemüsebrühe und Passionsfruchtsaft. Ja, am Anfang brauchen wir auf jeden Fall unsere zwei Knoblauchzehen und die drei Schalotten. Die werden wir dann gleich in da hinten in mein kleines Töpfchen schmeißen. Schon mal schön anschwitzen. Dann nehme ich mir die Paprika, den Deckel von allen drei Paprikas hebe ich mir auf. Dann mache ich so ein Paprikagemüse gleich draus. Und der Rest kommt dann direkt in die Pfanne. Also schön alles mit anrösten. Die sind natürlich vorher gewaschen. Guckt, dass ihr da auch die Kerne rausnehmt von den Paprikas. Vielleicht aber schön durchwaschen. Und ja, wie schon gesagt, die Deckel heben wir auf. Und daraus machen wir uns dann so ein kleines Paprikagemüse. Gehen wir dann dazu. Schön mit anschwitzen. Auch ruhig ein bisschen Farbe nehmen lassen. Das passt voll gut. Dann gebe ich noch ein bisschen Thymian mit rein. Dann gibt es noch mal so eine leichte mediterrane Note. Dann fülle ich das auf mit Gemüsebrühe. Das sind so ungefähr 300 ml und 200 ml Passionsfruchtsaft. Das lasse ich dann so ungefähr so 20 Minuten, 25 Minuten ungefähr köcheln. Und aus den drei Paprikadeckeln mache ich mir dann ja so ein kleines Gemüse. Das heißt, dass ich das dann in kleine Würfel schneide. Es wird dann gleich angeschwitzt in der Pfanne, ein bisschen gesalzen und das war's schon. Also ich werde alles verwerten von der Paprika. Das ist mir immer ganz wichtig. Die Suppe ist fertig. Runternehmen, direkt die Pfanne aufstellen. So spart man auch ein bisschen Energie kosten. Ein bisschen anschwitzen. Dann nehme ich mir schon mal meine drei Passionsfrüchte, schneide die auf. Ich finde halt einfach, die haben ein geiles Innenleben. Ich muss dazu sagen, ich habe eine schon gegessen während dem Schneiden und zwei werde ich dann gleich noch in die Suppe rein tun. Die Suppe ist fertig. Hat ungefähr gedauert so 25 Minuten bis eine halbe Stunde. Dann können wir anrichten. Da kommt mit kleiner Anrichtering wie immer in die Mitte des Tellers. Da mache ich dann Paprikagemüse drauf. Und dann ist es quasi so ein bisschen so mein Stand für den Ziegenkäse, der jetzt gleich drauf kommt. Dann ist der Ziegenkäse quasi außerhalb der Suppe, so oben drüber. Dann kommt noch ein bisschen Grässe oben drauf. Dann, ja, wird das Gericht so ein bisschen angehoben, sage ich mal. Findet sich dann so ein bisschen 3D mäßig aus. Dann habe ich noch zwei Passionsfrüchte. Die Kerne kommen auch noch so ein bisschen mit rein. Und das gibt mir dann so ein bisschen meinen Crunch. Das war's. So, schaut euch doch mal hier die Suppe an. Also ich finde das wirklich wieder wie gemalt. Und das Paprikagemüse, dann den Ziegenkäse oben drauf, die Biokresse und die Paprikasuppe. Mal probieren. Hm, geil. Also wir haben Paprika natürlich. Wir haben die Säure der Passionsfrucht. Die ist schon sehr geil. Und wir haben die Kerne, die ja auch in der Suppe sind. Die geben mir so einen leichten Crunch, ne? Hm. Wer jetzt nicht gerne auf Kerne beißt, lässt einfach die Kerne raus, ne? Okay. Hm. Also man kann auch einfach die Suppe nur mit dem Passionsfruchtsaft machen ohne die Kerne. Aber ich dachte mir schon, komm, wenn ich schon mal so eine Suppe mache, dann kaufe ich auch frische Passionsfrüchte. Und ähm, ich hab absichtlich auch jetzt mal hier auf Pfeffer verzichtet und auf Ingwer, weil ich wirklich den reinen Geschmack haben wollte, der Paprika. In Verbindung mit der Säure, der Passionsfrucht. Und wenn man dann den Ziegenkäse, ich kann dir grad noch mal zeigen, den Ziegenkäse so in die Suppe fallen lässt und so leicht, ja, sag ich jetzt mal, leicht warm werden lässt, kommt es auch immer noch mal richtig durch. Da hast du halt so diesen strengen Ziegenkäse-Geschmack mit der Säure, der Passionsfrucht und der Paprika. Also Leute, Entschuldigung, gerne nachkochen. Ist auf jeden Fall ein Überraschungsessen. Ich glaube Paprika Passionsfruchtsuppe hat noch keiner von euch zu Hause gemacht. Ähm, es ist ähnlich zum Beispiel auch wie die Kokos-Kohlrabi-Suppe. Kennt auch niemand. Schmeckte aber supergeil. Ich kann euch hier gerne mal oben mal gleich verlinken. Das Video zur Kokos-Kohlrabi-Suppe war auch sehr, sehr geil. So, ich bin da wieder raus. Euch auch allen einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.